So, zart und saftig und spritzig machen wir hier sofort weiter. Dann werden wir uns hier mal umgucken. Die Tür geht hinter uns zu, ja, freut mich. Und dann werden wir mal in jeder scheiß Ecke krauchen, vielleicht sehen wir ja was. Und hier ist nichts. Kann man hier irgendwas aufmachen? Nee, schade. Hm, hm, hm. Schön. Klauen. Oh, was quitscht denn hier so, verdammt? Hm, 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 hm. Was schlägt denn hier so? Hier ist nichts. Gucken wir, ach, da ist zu, ey, scheiße. Oh, oh, oh. Wo kommt denn die Musik her? Komisch. Hier passiert nichts. Ach, da haben wir irgendwas. Die ganze Stadt war schockt von diesem. Ich habe nie gefunden, wer es getan hat. Okay, dann machen wir's doch. Weiß du nicht so, oder was? Naja, da ist der eine Baumwissenheit. Hey, lov, hier was. Nicht bescheuert, oder was? Da ist doch auch nichts, hm? das war für ihn aber noch nicht dann er da da liegt doch so einfach um ich habe es da ja nicht ja das war für immer noch nicht schon da ne oh cool diese meinte doch du kacke neunzehnhundertachtig schulmorda und kacke das hier das hat die der hosen scheiße ob mich wurde er hinrennt den krieg ich ja sehr sehr komischer freizeitpark und dann machen wir noch weiter hier Ah, das sind doch so. condoms of illicit affairs the clotted blood of the lonely suicide and the face of the witch i always despised a toothy grin and warty nose i hate that sparkle in a weather watchful eyes i think calum is waiting for me inside die webcam hat ein bisschen rumwitzig gerade wenn ich so will die alte kann ich auch labern manchmal labert die ja auch noch und dann labert die folte zeug ey so dann rennen wir mal hier ran mal gucken was der freizeitpark noch so geboten kriegt oder zu bieten hat besser gesagt ja wie sag ich sofort zwischendurch wird voll in ordnung man hätte natürlich auch noch mehr in die spiele einbauen können schade eigentlich jetzt haben wir hier nämlich eine schöne taschenlampe das ist natürlich immer gut ne so eine taschenlampe der flash liegt atlantic eastern park ja das wissen wir ja schon so langsam buch hey na frisse wo bin ich denn jetzt hier wo bin ich denn jetzt hier wo bin ich denn jetzt hier an den kann ich mir gar nicht mehr dran ändern na egal auf jeden fall hat er hier gesessen grusel grusel hier gerade richtig so halloween als er schätze der samstag war du bleibst da natürlich schön stehen na du super hießchen hihihi, geil na kauf du letzter dich dann natürlich da stehen ach du scheiße, wer steht denn da man sieht ihm aber nicht, Ava wo soll denn der stehen sehr sehr merkwürdig immer diese Geräusche ist ja furchtbar ich hab mich da mal geschmackvoll umdrehen passiert nicht oh, was haben wir hier oh, passt wieder aber nicht ok oh, cool er folgt uns doch doch er sah so aus ob er innen stand da aber, naja war keiner hä bei den schiebende bläckige Hau oh muss ich mich jetzt umdrehen er dunkel geworden ey, oh, scheiße ach, der Schwinn ist ja crazy sagt ja, der verfolgt uns hier ey, na 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 ein bisschen ein kleiner Dumpf ein bisschen kaputt war ein bisschen ja, die haben wir nicht ja, pfff ne, geh mal runter, ne alle zu auch zu neig mir, Zirkus ich alle sehr ruhig, oder? after they let me out they gave me Calum back and sent me home with a handful of breadcrumbs home bittersweet home i barely recognized it where there had been color and light there were shadows and regrets where there had been warmth there was a bone deep coldness that never went away i tried my hardest to keep the ghosts at bay Don, watching from the dusty corners while i tried to teach his son to read geht es ja aus wie kriegt der welten buch sagen ja damit könnte man wasser abstellen was zum kühlschrank lecker hochzug verdammt ja wäre schön wenn es deutsch wäre werden sehr war du springt auch an auch sehr merkwürdig aber überall liegen diese notizen überall ausgang hochzug hochzug das wird gleiche buch die pillen den zettel hatte ich eigentlich nicht viel großartig geändert hier außer das jetzt da das radio an ist und da ist ja junge aber zu kühlschrank hat sich auch nicht verändert hoch wieder zu und welche geräusche aber man sieht kein ausgang immer noch zu immer noch zu war der rom ändert sich war kann nicht sein jetzt ist er jetzt weg blutverschmürt 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 wasser läuft immer noch da ist immer noch zu naja und der kühlschrank inhalt hat sich verändert und die ganze blut und der ganze scheiße hochzug na was hat sich hier verändert hoch der blut und die tür ist diesmal offen aber das immer noch zu blutverschmürt ja das hat sich ein bisschen geändert lampe umher kippt bbp buch ist er blieben hm das ist auch eine puppe da fliegt ein oge ach die bilder sagen auch nur schüttet ey da liegt auch eine puppe im bett die fahrer war für noch nicht stark hier ist ein bild das buch können wir schon da liegen auch die pillen na guck mal da der würfel hat sich auch ein bisschen geändert der kopf ja pöntose als kopf auch ok wasser läuft hier immer noch babypuppen an der decke in der küche das ist auch zu das ist ein bisschen spitz war ne ein bisschen blutverschmürt was haben wir denn da wenn ihr kloppt bb im ofen ok scheiße und da ist zu und da kommt doch in naja vorn oder hinten naja und was stimmt mit der tür nicht da kommt sie nicht drin äh und die tür ist weg überall hängen diese puppen überall ja und zerschmiert da gehen wir mal hier runter immer noch zu ja jetzt sind die puppen wieder weg aber versteht nicht anger ach du scheiße was ist denn hier passiert wenn der raum stimmt und wollte nicht wird ja immer schlimmer überall kommt blut von der wende ach du scheiße was ist denn hier passiert kommt überall blut runter und wasser scheiße ob es jetzt puppen sind oder echte ob es jetzt puppen sind oder echte da haben wir jetzt richtig feuer angeschmissen gell guck mal hier mal rein oh oh das freut mich gut wir haben hier der nadeln kopplett hätten noch immer noch zu und das wasser fließt hier ohne ende oder gut wird ja auch immer mehr wird hier immer schlimmer rio spielt auch macken über all diese notizen bilder ausgang immer noch zu immer noch zu der einzelnen der offen war wir haben uns wieder einmal zu verändern und von der Formen wir unsere verstehen von der Welt zwei Kinder sind in den Wald sie sind verletzt für ein Zeitpunkt aber dann sind sie verletzt von einer alten Witch ein Kind geht weg in den Park Atlantik er verletzt für ein Zeitpunkt before finding this way into the mouth of an old witch in the oldest version of this story mother and the witch were the same person I never wanted to be the witch but I am, aren't I? na, jetzt sind wir hier in irgendeiner Bibliothek aber den Jungen haben wir auch noch nicht davon ach ne, äh, ein Buch da außen wir spielen, bild so, dann nehmen wir mal die Hansi mitles weiter hier muss ja irgendwo auch bald ein Aussagen sein hier ach, was war denn das, ey ach, guck mal, da geht ne Tür, äh, ne Tür sag ich schon da geht ne Regal runter da brennt bisschen Feuer oh boller ah, da ist der Jungen kalm 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 ah, da fügt er Schuhen, haltet ist der Junge ah, da fügt er Schuhen, haltet ist der Junge ach, du Scheiße, die Nagel aus dem Kühlschrank oder Spitzhacker, genau, ich weiß nicht, was das ist sieht auf jeden Fall sehr tödlich aus oder Spitzhacker, genau, ich weiß nicht, was das ist sieht auf jeden Fall sehr tödlich aus ja, auf jeden Fall ist der Freizeitpark ganz ganz komisch so, was passiert jetzt noch hier hey Lorraine 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 don't blame yourself Lorraine people lose things all the time oh 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 take a deep breath and think about the last Place you saw your Son in my heart and mind i always returned to Atlantic Island Park hm ja und das ist auf jeden fall sehr merkwürdig ja wie ihr seht das war es schon also hätte ich auf jeden fall mehr erwartet also gut für den 10er kann man nicht falsch machen aber da draus hätte man schon echt was machen können aber na gut kann man nicht machen na so viel zwischendurch eigentlich voll in ordnung abkaufelt hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen spritzigen tag haut rein bis dann